In diesem Video zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Brust richtig abtasten, um mögliche Anzeichen von Brustkrebs frühzeitig zu erkennen. Tasten Sie einmal im Monat Ihre Brüste auf Knoten, Schwellungen oder Verformungen ab. Bei Frauen mit Periode sollte dies am besten jeweils zwei bis drei Tage nach deren Beginn gemacht werden. Heben Sie den Arm. Untersuchen Sie die Brust- und Achselhöhle sowie die Brustfalte nach Veränderungen. Benutzen Sie zum Abtasten nur die Fingerspitzen, am besten in Verbindung mit Massageöl oder Duschgel. Tasten Sie Ihre Brust von unten nach oben, umgekehrt, sowie von der Brustwarze nach außen und kreisförmig ab. Schauen Sie sich Ihre Brust im Spiegel an und achten Sie auf Knoten, Grübchen, Rötungen oder andere Hautveränderungen. Untersuchen Sie die Brust zusätzlich nach Veränderungen der Brustwarzen. Die häufigsten Auffälligkeiten für Brustkrebs sind eingezogene Brustwarze, sichtbares Geschwulst, Dellen in der Brust, blutartiges Sekret aus der Brust, Veränderungen der Hautbeschaffenheit, Farbveränderungen der Brustwarzenhöfe. Sprechen Sie bei Auffälligkeiten oder Unsicherheiten immer Ihre Ärztin oder Ihren Arzt darauf an.